ARD Text im Auftrag von Funk 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 Nein! Das kommt in den Farm-Craft-Raum. Von mir aus. Ich glaube schon vollendet. Ich habe eine voll gute Rüstung irgendwie, also irgendwie so zusammengefasst. Mach doch das Nabel da wieder hin, weil dann sieht man da die Lava und da nix. Okay, wer du unbedingt meinst. Glas. Aber noch Glas. Warte, überhaupt Glas, werden wir noch mal viel mehr Glas. Was? Einmal. Geil. Wie ist das ganze Zeug hier? Was? Du machst nix offline. Off. Junge, das war schon immer da. Ich habe nicht mehr gemacht. Jaja, und ich bin Jesus. Ich habe nur den Raum gebaut. Jetzt lach doch kein Scheiß. Doch. Ich schwör. Jaja. Jaja. Oh, Zungenkuss. Oh. Was für Zungenkuss, du kleine Schwoche. Jetzt komm doch, warum mach doch den... Oh Gott. Jetzt chill doch mal. Ähm. Ja. Ja. So. Ja, ich habe noch Glas. Nur so zu Info. Ich habe alles mitgenommen, was wir haben. Aber wir machen den Eingang anders. Nein. Warte, geh halt schnell weg. Ähm. So. Achso, ich wollte ne Query bauen. Haben wir dafür schon irgendwas? Nein. Äh. Da ist ja noch Glas. Was? Ich habe so viel Scheiß. Ich habe noch mal so ein Licht, okay? Du. Ja. So, mach das. Na, wir haben... Schneck mal, was für ne Query macht. So hab ich schon. Ähm. Was wollte ich jetzt machen? Ach, Query. Ich bin zu blöd, um Query zu schreiben. Hier gibt's doch schon ne... Hier gibt's doch schon ne Query, oder? Ob schon? Hä? Ja, natürlich. Hä? Qu. 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 U. Ah. Ähm. Skelett. Hier laufen schon die Mobs in unser Haus. Ich find's lustig. Hey, wolltest du den anderen spawner eigentlich hin von dieser fliegenden Kugelschwander? Ähm. Den hat Markus, glaub ich, weg. Der ist jetzt irgendwo bei unseren Bäumen. Okay, was war... Hä? Cool. Ey, warte, schreib mir doch. Junge, ich bin... Hä? Query, Query. 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 Query, Query. Query, Query. 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 Ich hab die doch schon mal gesehen. Query. Du quíst nicht die vorher. Nee, das ist... Hä? Such du mal schnell Query! Junge! Query! Query... Ja? Gibt's die bei dir? Ja, klar! Huh? Q! Komm, nào! Achtschüssel, Thermolator, Liquid Fire Boiler oder was auch immer. Hä? Irgendwie kommt da überhaupt nichts mit Q, sondern mit S und M und... Ist doch irgendwie behindert oder was? Verarscht. Hä? Hä? Ähm... Junge! Wir brauchen eine Diamantspitzhacke. Ich weiß schon! Zwei Diamond Gear, drei Diamond Gear... Ich wusste bloß nicht mehr, wie viele insgesamt. Ähm... Edsetup Pump... Minenbohrer... Ist das auf Deutsch oder was? Ist das so? Hä? Deswegen hab ich mir eins auf Englisch gestellt. Ja, ich stell mein Spiel auch wieder auf Englisch. So... Hey, wo machen wir jetzt noch die Lampe rein? Sprache... Englisch... Nein... So... Ah... Dann ist das natürlich... Very... Haben wir Redstone? Ja... Natürlich haben wir Redstone. Hast du noch... Genug... Steine... Oh Gott... Äh... Gold... Eisen... Stein... Die Dias sind drin. Naja... Stein... Die Dias... Wo ist denn Eisen? Hubscher... Wo ist denn Eisen? Hubscher... Wo ist denn die Dias? Was? In der Kiste... Oben links... In der Kiste... Hubscher... Holz... 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 Nein! Da ist noch wo. Kann doch nicht sein, dass wir kein Holz haben. was Mann so ja Marco, du musst den Spawner echt hier wegtun weil wenn wir Holz irgendwie holen wollen dann kommen jetzt schon wieder so komische Blitzdinger mei, ich kann auch nix dafür warte rauf hehehe Junge, ja das riecht mich so auf 3 und das ist dann Eis mannig, weil die Blitze von denen so weit gehen hä? ich brauch auch Eisen lol, was machst du? haha, scheiße das sieht man äh check 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 ok 3 oder? 3 Eisen Dingens, Bummens dann Puh Gold reicht das? Ah immer der falsche Crafting Table Mann nein 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 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 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 6 6 7 7 8 9 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 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 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 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 6 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 7 8 9 9 10 10 6 7 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 15 mal eine Fackel machen. Junge, ich... Da, haschfackeln. Oh. Bauen wir noch Pipes. Ah, geh mal weg jetzt. Mein, mein... Oh, ich geh halt weg. Verpiss dich. Ich bin gleich tot. Mann, ich kann mich nicht mal regenerieren, denkstens. Jetzt geh da weg. Ich trapp dich gleich. Mann, wenn das bloß gehen würde. Toll, ich muss nicht vielleicht... Du bist so ein Arsch, ey. Ich hol mal ein paar Ding Pipes, gerne. Jetzt. Oder ich hab ne Idee, warte. Oh, nee. Ich hab keine Ahnung, was ich sagen soll. Das heißt immer, man soll sich irgendwelche Themen raussuchen zum Labern, aber das ist immer... Wenn man mehrere Fans hat, kann man da nachfragen. Dann... Bist du wieder da? Ich hab... Zwei. Was? Äh, such mal Lava. Ich brauch unbedingt Strom. Ja, unten in der Höhle ist doch Lava. Ich weiß. Ja, dann hol dir doch was. Äh, nee. Hä, müsste die nicht jetzt anfangen, das abzubauen? Hat sie vielleicht schon? Ah, fett. Ja, weg. Ja, wollte ich auch, ja, Mann. Ich hab die selber. Nein, genau, das wollte ich nicht machen. Sondern? Sondern. Dias. Ja, sortieren halt. Ja, ich... Bis die Kohle da reinkommt. Warte. Geh weg. Nach oben weg. Zur Seite weg. Geh weg. Geht's gleich an die beide rein. Ähm. Oh, weg. Und... Das ist nämlich blöd, da verbindet sich's. Das geht's natürlich ganz schnell. Jetzt hab ich bloß keine Kohle mehr und, äh, kein Mining Drill und sonst was. Das geht gar nicht, doch leichter, aber... Ist ja schon du schon ein Diamond Drill und ohne Verzauber. Tu... Ne, bau mal schnell die Kohle da ab, so einen Block und tu's in das Diamond. Die Diamond Pipe rein. Ich hab... Hä, was? In die Diamond? Ich hab da schon was rein, gell? Kohle. Kohle. Ja, hab ich schon. Ja, okay, dann ist doch cool. Aber nach oben, dass es halt nach oben rausgeht, ne? Ja. Ja, okay. Äh, haben wir was zu essen? Ähm. Ich glaub, die Folge ist schon wieder zu lang. Wer weiß. Ich hab da ja auch mal ein Solar-Aray-Dings hingestellt. Ah, warte, das stell ich hinaus. Wenn man's abbaut, wird's ein Generator, ne? Also lass dich das machen. Ja, nimm nur ne Wrench. Ja, ne, ich bin zuvor. Ich stell jetzt Solar-Teil hinaus. Und dann kann man da immer aufladen. Kann man sein Zeug aufladen? Geht das nicht? Doch. Junge, gib dir wie schnell das Aufladen da drin einfach. Tchut, tchut, tchut. Zack, voll. So, ich glaub, beenden wir wieder die Folge. Also, vielen Dank fürs Anschauen und sagst du auch noch Tschüss? Ja, bye, bye. Also, ciao.